Servus Leute, was geht und Willkommen Alles klar Leute, da fährt ein Zug Bei einem neuen Video Ja Freunde, heute färbe ich die Haare von meinem kleinen Cousin in Grau Und danach kommen meine Haare, Freunde Und das hier ist unser Reporter Was halten Sie dazu? Alles klar, Digga Ja Leute, fangen wir auch direkt an Und wie ihr wisst, Freunde, ich bin ja der heftigste Friseur und der heftigste in Haare färben Ihr wisst Bescheid, ne? Als erstes holen wir die Farbe und mischen die Farbe um Und Freunde, ich habe gerade im Haus eine Stunde lang Handschuhe gesucht Dann ist mir eingefallen, ey, in der Packung sind die Handschuhe schon dabei Was ist das nicht, äh... Ja, jeder kauft die Album Wieso kauft uns für die Album, Hiratsch? Das Platinum 4 Release, Alter Da waren alte Menschen, die haben es kauft So, dann schließen wir das Ganze, Freunde Und schütteln Was wird das? Ein Stativ Wir bauen uns jetzt gerade mal hier ein Stativ zusammen Lass uns mal, ey, ich guck mal, ob das schon passt Ey, das ist fast perfekt Schlechtel, ich mach uns hinter's an Ja, Freunde, wenn ihr euch erinnern könnt, war er beim letzten Video auch dabei gewesen Als ich mir die Haare grau gemacht habe Und heute bist du dran Nein, Hiratsch Was macht ihr da? Ich mach die Haare Ah Oh mein Gott Oh mein Gott Ich will doch nicht Oh mein Gott, Leute, was mach ich da? Davon Hiratsch bin ich eigentlich behinder? Davon Hiratsch bin ich eigentlich behinder? Davon Hiratsch bin ich eigentlich behinder? Ja, wenn ich einen Scheiß aus sieht, dann ist es mir meine Doch hoch, Digga, was machst du da so? Oh Reicht Ich glaub, das wird nix, Alter Arme Augen So, Freunde, wir sind jetzt erst mal fertig Gehe jetzt Alufolie suchen, damit das Ganze besser und schneller fertig wird Wir sehen uns gleich wieder Yeah So, Freunde, wie ihr sehen könnt, hab ich mir gerade was anderes angezogen, da ich Angst hatte, dass das vorab abbekommt Und das wollen wir ja nicht, ne? So, Leute, jetzt warten wir ca. 10 Minuten ungefähr Und gucken, wie es aussieht, Freunde Ich bin so gespannt, ne? Ich zeig euch mal was Oh mein Gott, Bruder, da ist da was am Ohr Ey, das ist so süß, ne? Da hinten die Mutter, Freunde, da ist eine Mutter drin Und die passt da auf die Eier auf Und wartet einfach, bis die brüten Das ist so süß Wenn die Hunger hat, Freunde, geht die einfach mal raus Und dann, warte, wo ist der Mann? Hier, da ist der Mann, der Weiße Und dann geht er dahin und passt auf die Kinder auf, bis die gegessen hat Wenn sie gegessen hat, geht sie wieder dahin Das ist so cute, ne? Und da ist der Big Bobo, Alter Wenn ihr noch im nächsten Teil sehen wollt Mit diesen beiden Jungs Vielleicht ein anderes Spiel eventuell Aspartica So, Leute, so sieht das bis jetzt aus Das ist übelst braun geworden Jetzt kommt die zweite Michelle Damit das noch heller wird Bruder, was für Susser Das ist so gut Du warst da glatt Schia, komm Das war die schon wieder Was ist das? Da ist der Ich fange von der richtig Ehrlich? Ich schlade Ja Warum wissen sie, wo du vorst? Die kam, Alter Schia Schia Hi Hi Wie geht's? Ja, gut Und dir? Ein Foto? Ja Warte Willst du ans Video? Dein Foto kommt immer so bei mir Hallo Leute, was geht's? Jo Leute, die Garage-Tür ist auf Und der kommt hier einfach rein Killer High Five So Leute, jetzt wieder ein bisschen warten Und mal gucken, wie es danach aussieht So Leute, jetzt sehen die so aus Und Blondieren wir die noch einmal Und danach kommt die graue Farbe drauf, Freunde Let's go Du hast wie die asiatischen Lol-Spiele Ja, aber nö Die asiatischen Lol-Spiele, ey So Freunde, ab hier musste ich leider einen Cut setzen Weil es zu dunkel wurde Wir das Ganze aber nicht irgendwie hinbekommen haben Es einfach nicht geklappt hatte Die Haare wurden einfach nicht grau Warum wurden die Haare nicht grau? Das wissen wir leider nicht, Leute Auf jeden Fall, wenn ihr eure Haare färben wollt Kommt zu mir, Freunde Folgen wir auf Instagram, folgen wir auf Snapchat Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt Lasst doch mal ein Abo da Würde ich mich echt drüber freuen Und der hustet auch Komm her, Jan Leute, so sieht das Ganze jetzt aus Ist ein cooler Mix geworden Irgendwie nach einem Monat ungefähr Zwei Zwei Monaten Sieht gar nicht mal so schlecht aus Jetzt Und Leute, für diese Aktion Folgt ihn auf Snapchat ist hier unten Ja, genau da schon Folgt ihm, folgt mir Abonniert mich, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt Würde mich freuen Und ich würde sagen, wir sehen uns noch morgen Bei einem mal wieder Macht's gut Ich glaube das war die größte Pedermanns Lebens Ich glaube das war die größte Pedermanns Lebens